Ich wollte nicht, dass es so weit kommt, aber du bist meine letzte Hoffnung. Aber bitte, sei vorsichtig. Ach bitte. Den habe ich so schnell um den Huf gewickelt, das glaubst du gar nicht. Pass auf. Oh Discord, ich fordere dich zu einer weiteren Runde Mau Mau heraus. Wenn du nicht zu feige bist. Herausforderung akzeptiert. Perfekt. Aber genau genommen habe ich das bloß gesagt, um in deine Nähe zu kommen, Dizzy. Hm? Und jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit habe, warum spielen wir denn nicht mal eine kleine Runde Dirty Sanchez? Mein lieber Scholli, Celestia. Und ich habe gedacht, du fragst gar nicht mehr. Ein paar Sekunden später. Wo, Celestia? Liebes? Widerlich klebrige Schlangenzunge. Hm. Dieses Mädel hat offensichtlich absolut keinen Geschmack. Le Yoda hat offensichtlich功stärke. Wie, dazu. Gue, dazu. Was weiß ich nicht, wirklich?